Wieso ist das? Ende. Jaa. Hast du ne AIM, oder warum trist du alles? Hör dir ja einfach direkt zwei Hellas. Was ist das? Alter, boom boom, zwei Hellas. Was ist das? Oh scheiße, ich hab nachher auf mich selber geworfen. Was muss das sein? Oh lol. Ich hab dich so gehörert. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ey, du hast voll getroffen. Ihr müsst können das. Das ist halt dein Scherz, oder? Ich haße dieses Spiel. Du hast einfach hochgesprungen und hast den Heller gedrückt. Ich hab dich verarscht. Wie warst du denn? Alter, was ist das? Okay, lass mir das. Ey, ich drück zu hart. Wie ist das? Hallo, was haben die mit den Scheiß-Shockcans gemacht, wenn die nicht weg war? Ja, easy, ne? Was ist das? Ich hab 8 NDPs, du hast 100 Punkte und ich werd Silber-Elite eingestuft. Der Heller gespielt ist für mich jetzt gestorben, Alter. Ohne Witz. Wir haben gegen Gartenrohr gespielt. Ja, der Typ zerfickt voll die Gold, du wirst. Okay, lass uns mal Silber-Elite eingestuft. Und, was? Wie, wo ist eingerankt? Jason? Mg1, wieder zurück. Ey, ist klar, ja. Das ist klar, Mann, ich hab fucking 79 Punkte. Ich hatte fucking 94 Punkte und ich werd Silber-Elite eingerankt. Ich war vor meiner AFK-Zeit noch Mg2. Ja, vor meiner AFK-Zeit noch Gold. Ja, aber ich war vor meiner AFK-Zeit halt auch gut. Ich hatte grad ein Match, wo ich, wo wir, ähm, ich glaub 10 zu 3 geführt haben. Und weil ich mich dann abgefuckt hab, wurde ich gekickt. Und jetzt bin ich Silber-Elite. Oh, was? Scheiße, Tim. Oh, fuck! Eine Scheiße! Alter, Silber-Elite! Loll! Oh, bist du gut, Alter! Jaaaaaaah! Ohohohoho! Ich hab geholt, Mann!